Du glaubst nicht, was ich dir jetzt sage. Ich hatte Lunch mit Becky. Also, ich hab Neuigkeiten. Dale hat gefragt, ob ich ihn heiraten will. Das ist ja krass. Uns erwartet Eis in unserer Suite. Und dann machen wir Party mit. Und... Deine Hand, guck's mir an! Ich bin kein großes Partygirl mehr. Ich wär so froh, dass ihr da seid. Wie nennt man eine Junggesellinnen-Party ohne Braut? Freitag. Auf Becky und Dale. Auf Becky und Dale. Zieh dir die Leute an. Das ist wie ein Jane Austen-Roman auf Crack. Hey, Becky! Weißt du was? Ihr wollt morgen heiraten! Magic! Sag mir, sie kann es noch ansehen. Sie können hier doch sicherlich etwas tun. Dies ist der Hotelservice. Wir sind hier nicht bei Project Runway. Oh mein Gott, wer blutet hier? Blute ich? Was ich blute? Du blutest. Oh mein Gott! Okay, was wir jetzt brauchen, ist ein unglaublich brillanter Plan. Eins, zwei, drei, los! Das Land verlassen! Deine erste Nacht hier? Nein. Oh, tut das gut. Alles klar. Was, 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 was? Halt denn du den Sacken? Dies ist die beste Nacht meines Lebens, Leute! Ich gebe dir, was du willst. Und was will ich? Jemandem, der es dir richtig besorgt. Und das da ist nur, das ist einfach etwas Blut und Sperma. Ich hasse Hochzeiten. Was machst du denn da? Ich such die passende Garnfarbe. Es ist ein Hochzeitskleid. Könnte zum Beispiel weiß sein. Wenn Becky schon vor mir heiratet, nicht in meinem Traumkleid. Dann leck ich noch eher den Bürgersteig. Bitte, dann leck den Bürgersteig. Tu's schnell, als ob du ein Pflaster abreißen würdest. Oder wie Analsex. Stopp! Ähm, wir suchen immer noch Katie und Jenna. Ah, Katie haben wir gefunden. Halt's Maul! Ich hasse dich! Und dich hasse ich auch! Ich werde die Ehe im Pyjama eingehen, so wie Michael Jackson.